Ja und dann möchten wir Ihnen diesmal den Sam vorstellen. Sam ist ein deutscher Doggenrüde, wohnt momentan hier im Dresdner Tierheim, entsteht, ist schon ein bisschen älter, was man auch sieht, ist neun Jahre alt, aber ist noch fit für sein Alter. Er braucht spezielles Futter, das ist eigentlich das einzige was man beachten muss, ansonsten ist er freundlich, mag mich glaube ich auch ganz gerne, ist eine kleine Sauberbacke, also er spuckt ein bisschen, was machen ja viele Doggen, wenn sie sich für den Sam interessieren. Schauen Sie einfach mal hin. Sam, guck mal da, da sind deine neuen Besitzer. Schauen Sie einfach mal hier im Tierheim vorbei. Tschüss Sam!